In diesem Video Also wenn ich einmal ein 5-jähriges Kind kidnappe, dann war das gar nicht geschehen Dann haben wir den Zug wenigstens noch mitgenommen Ich fang jetzt die ganzen Kinder Leute! Ich fang jetzt die ganzen Kinder Willkommen hier heute zum neuen Update von Ich fang jetzt die ganzen Kinder Willkommen hier heute zum neuen Update von Neuen Update Heute fang jetzt die ganzen Kinder Werden wir Fehlerfrei Alles Im First Try schaffen Wenn wir heute Nicht Jeden Cup 200 150 Gespiegelt Und 150 Normal Sofort auf Anhieb mit Gold und 3 Sternen holen Also die perfekte Wertung abholen Weil der Zomba gesagt hat Ich würde dich ja beim Spiel verkacken Dann, wenn ich das nicht schaffe Werde ich als Bestrafung Einen weiteren Donkey Kong Stream machen Wo ich alle Collectibles einsammel Wäre natürlich jetzt kacke Wenn wir gleich im ersten Rennen variieren Dann haben wir den Zug wenigstens noch mitgenommen Wäre natürlich jetzt kacke, wenn wir gleich im ersten Rennen variieren Ein schönes Cherkiesblau Wie ist die Farbe mit der das das Also Also wenn ich einmal ein 5-jähriges Kind kidnappe Dann war das gar nicht geschehen Jetzt haben wir hellblau als Farbe drin Da geht es ja schon mal besser Darf ich auf diesem Stream best of machen Äh Also Ich selber hab eigentlich geplant Dass ich da schon selber Den Highlight Video draus schneid Aber wenn du da nochmal so ein Gesondertes Best of machen willst Wenn ich darauf reacten darf Ich mein Ja, wenn ich darauf reacten darf Ich mein, wäre ziemlich weird Wenn ich auf mein eigenen Konne Nicht reacten dürfte So aber Boah, die Aufnahme wird aber sehr sehr groß Seid bereit? Wartet, wartet, wartet Shortcut Time Oh mein Gott Ich bin zu weit geflogen Ah je, Junge Ich bin komplett weit abgestürzt, Alter Ihr seid doch scheiße seid ihr Ja genau, da steht Ich schlage jetzt nicht auf meinen Stuhl Wewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewe So gesagt ihr seid doch scheiße Ja ich meinte die Charakter in game Und Alter guck dir das an Ich hab drei Bananen alter Mh 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 Bananen Bananen Hoppala Oh Es tut genau in dem Moment tut es mich hoch Genau Genau Weg mit ihr Warte Ha Ha Es sind ein Vulkan reingestürzt Ha 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 Am E E E Ach ja! Und dich? Wie bin ich denn hierhin geflogen? Ja, kann ich schon. Aber wenn die Aufnahme am Ende so 60 Gigabyte oder so groß ist, dann dauert das drei Jahre oder so. Erster Cup lief jetzt nicht so pralle. Machen wir gleich mal Bumerang Cup weiter. Ja, immer positiv denken, aber das kann ich nicht wirklich. Da ist ein Elefant. Oh mein Gott, Digga, da gucke ich auf den Chat. Auf einmal bin ich hier in Bangkok, Alter. Das ist doch Bangkok, oder? Okay, den haben wir weggebombt. Ist das eine Freundin oder hast du schon eine? Weder noch. Oh mein Gott ISN JA ALLES los Da do 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 Alter, Bangkok ist hier ... Ist das Bangkok? Ich weiß nicht, das ist Bangkok, oder? Hey, yo. Kam 그래서 Trello. Ciao, ciao. Dir noch viel Spaß auf der Arbeit. Hat man bestimmt viel Arbeit. Äh, viel Spaß. Okay. Oh mein Gott. Hä, war hier nicht im Trailer ein Entwickler? Digger, haben die uns angelogen? Boah, das sieht schon sexy aus. Was ist geschehen? Was ist geschehen? Nee, schickst du das doch hin. Was ist geschehen? Ein Bug, ein Bug. Ich hab ein Bug. Ich hab ein Bug. Bug groß. Hört mich verarschen. Nee, ihr wollt nicht. Es macht so viel Spaß. Saas. Mal gucken, wie Singapur aussieht. War man nicht gerade eben in Singapur? Oder kriegt gerade Demenz rein? Schade, ich dachte, er runde Discord hier. Aber da musst du auch da sein. Jetzt bin ich an so einer Ladentheke hängen geblieben. von irgendeinem Typ, der dir vergammeltes Sushi antrehen möchte, Alter. Egal. Egal. So, Charlie. Jetzt musst du aber auch da sein. Trete ein, Charlie. Charlie? Der ist nicht mal online. Gut, Charlie. Ähm, toll. Okay. Ja, da muss er mir dann in den Chat keinen schreiben, wenn er hier mit mir reden möchte. Da ist es mir dann auch scheißegal an der Stelle. Okay. Oder? Der ist wirklich nicht online. Gut. Ja. Wir versuchen es mal weiter. Vielleicht holen wir ja diesmal hier. Ihr wisst schon. Lass deinen Chat bei Mod los. Na, warte mal. Jetzt kommt bestimmt gleich der Kitsun rein, Zumba. Jetzt sei mal nicht so glücklich hier. Ich hab nicht mal einen Stern geholt. Wegen dieser kompletten, verschissenen Scheiße auf dem Waluigi-Stadion. Ansonsten hätten wir da jetzt hier schon drei Sterne. Aber wegen dem Bug, Alter, komplett out of existence gebounced. Was ist geschehen? Was ist geschehen? Egal. Es geht weiter in Bangkok. Komm mal in Bangkok. Es geht los. So ist es. Mit Brody. Mit Brody. Ich werd mit dir, der hat noch Schule. Na, wenn du bei mir Mod bist, dann darfst du keine Schule mehr haben. Spaß. Das hat was. Dann ist hier... Darfst du auch keine Arbeit mehr eigentlich haben. Da wirst du sofort gekündigt. Weil du wirst ja eh für den Gast deines Lebens im Modkeller sein. Also von daher ist es eigentlich egal, ob du da Arbeit hast oder so Schule. Dein Leben besteht dann daraus, den Chat zu moderieren. Sag mal, apropos, warum darfst du denn du jetzt eigentlich schon gehen? Hat er hier deinen Aufpasser hier Freilauf gegeben oder was? Alter. Hör. 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 Wer ist nicht unter ihm? Was macht denn der Typ? Ich rufe den jetzt an. So. Er kann da rangehen, wenn er seinen Ruf retten möchte. Wenn er nicht rangeht. So, Charlie. Dann sieht es natürlich schlecht aus mit dir. Er schreibt da 5 Minuten Discord. 10 Minuten später ist er immer noch nicht da. Boah, perfect line, Junge. Perfekt, wir haben eine Linie gezogen. Wie so ein Kackstreifen? Bloß mit Bananen. Wir haben praktisch keinen Kackstreifen gezogen, sondern einen Bananenstreifen gezogen. Das muss man auch erstmal können. Kackstreifen. Das können ja verhältnismäßig viele. Aber so ein Bananenstreifen ist dann schon eher eine Herausforderung. Das ist eine Form von Hallo. Okay. Guck dir das jetzt an. Ich fahr jetzt Ski. Oh, halt doch das Maul. So, seine Mitte ging, Verdiener. Guck dir das jetzt an. Ich mach jetzt Shortcut. Ein Nintendo Shortcut. Digga, warum fliegt man denn da so weit? Oh, alter Junge, wie ich hier rumspringe. Wie ein Sprungfisch. Das ist mir scheißegal, denn da kommt der Blushel. Buh, Junge. Da bin ich erst da. Oh, man wird sogar richtig geteilt mit dem Stunten der Explosion. Guck dir das an, alter. Guck dir das an, alter. Ich hab gefehlt. Ich hab gefehlt. Aber ist egal. Ja. Telemedia. Okay. Oh nein, ich hab heute irgendwie einen Stoff oder so. Das fühlt sich zumindest so an. Ja. Aber eigentlich bin ich gegen Trugen. Das war grad übrigens auch ein Choke. Nicht, dass jetzt ja irgendjemand hier Staatsanwaltschaft oder so losschickt. Ja, Mann, er hat Drogen genommen. Guck dir das an. Oh mein Gott. Das war gut. Gut. Das war ne gute Aussehen. Ich hab vorhin geschrieben, dass du Drogen genommen hast. Hast du das geschrieben? Hast du das geschrieben? Hast du das geschrieben, dass ich Drogen genommen hab? Du hast mir doch vorhin geschrieben, dass du Drogen nimmst. Hä, wo? Wieso lügst du jetzt? Ach, dicke, Alter, ihr wollt heute wirklich jeden verarschen. Zuerst schreibt der eine, oh, ich nehm Schwimmunterricht. Dann sagt der andere, oh, Pytho hat mir geschrieben, der nimm Drogen. Alter, was kommt denn als nächstes, Junge? Jetzt kommt gleich noch, dass ich irgendjemandem geschrieben hab. Ich hab ein Bombengürtel bei mir. Und ich tu gleich das Haus neben mir hochjagen, oder was? Hast du eigentlich ein Bombengürtel bei dir? Jetzt geh ich jetzt aufs Yoshis Island. Gehst du wirklich zum Schwimmunterricht? Nein. Jetzt hat das Sackgesicht mir das weggenommen. Ich halte das nicht aus. Seht euch das an. Ich habe Yoshis Island bei mir. Oh, ich hab zum ersten Mal die Brücke getroffen. Oh, ich hab gefehlt. Da hab ich schon die Brücke und dann fail ich. Guck dir das an. Chaotische Action hier. Ich muss sowas von Karma bekommen. Lalalala. Boom, Junge. Scheiße. Egal. 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 Was? Zoom-Counter erhöhen. Ich hab schon vorhin ein paar Mal Boom gesagt. Ja, jetzt auch gerade. Magier ist abgestürzt. Oh, ich hab verkeh... Farrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr... PRRRRRrrrrrrrrr ... PRRRRRRR O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O ... Og Yoshi anywhereăn Berat Alter! Dankeschön! Jangan lupa like, share, dan subscribe!